Die Premiere auf dem Karlsfelder Siedlerfest. Die Brettelspitzen live aus dem Bayerischen Fernsehen zu Gast in Karlsfeld. Es ist wirklich eine Premiere und ein Abend mit ganz tollen Künstlern. Es kommt unter anderem die Urgewalt aus dem Bayerwald, die Barbara Preiss. Es kommt der Roland Hefter, es ist das Trio Schleudergang mit dabei, es ist die Couplet AG mit dabei. Und noch ein paar mehr. Wir freuen uns narisch auf Karlsfeld. Es wird ein toller Abend. Wir feiern wirklich ein Fest, generationenübergreifend. Zusammen mit vielen Volkssängern, Talenten und Stars aus Bayern. Kommt's, wir feiern uns auf euch.